Hallo, der Fakon zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Brawl. Mein Herz bestimmt. Ich drehe den Anschack und nichts passiert. Wir haben nur noch den Super-Raum und los geht's. Nassau und Luigi sind wieder da. So, weil wir Luigi noch gar nicht spielen konnten. Gar nicht. Nehmen wir den als ersteres. Nach dem Mökel geht ein DVD und danach ein S. Und warum der jetzt auch plötzlich im Super-Raum sind, habe ich keine Ahnung. So, weil wir da keine Einzelne sind. Und... ...jemand... ...da. ...ja... 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 ...alles wird jetzt so gestartet. ...jemand... ... hier geht's hoch... ... hier geht's auch noch rechts. das die rettung die ist natürlich ja das ist eine normale das sieht man da alles zu klein so wird die größe also jetzt machen müssen das alle Charakter Charakter wiederfinden jetzt geht durch die Tür mit diesem Ruf in der Welt ist eine Art die mich hier und hinten geworden weil sie nur dumm sind etwa geht's lang und ihr dachtet bei 3D nicht wenn los spielen hat man keine und da hat man keinen Knick selbst im selbst im 2D hat man keinen Knick ach guck mal hier war noch einmal was was da geht weg ruf den den da ist auch noch scheiße die schau ich bin in schau te geht gut ok ok ich bin nicht viel ich will Gucken wir schon, ob wir gegen die Spiele spielen. Oh, Peter, Pikachu ist böse. Oh, Digga. Nein. What the fuck? Der Drettung. Na, guck mal, wie der ist irgendwie so klein ist. Bei seinem Namen unten. Das Öl ist super niedlich klein. Jetzt zieht es den Bauch. Jetzt sollt ihr den Bauch, zu einem Wampel. Kletzt am Gegner, Kletzt. Oh, nein. und hier rennen, also hier nochmal oh na ganz toll das ist wirklich ok ok jetzt las ok hier oben haben wir nichts da ist weiterloch in die fresse ok hier ja die teile sind im arsch hat's auch die teile des borns an natürlich nicht alle das ist böse wir brauchen mindestens noch einen wo muss ich wieder anfangen wo muss ich wieder anfangen ok das geht ja noch ich hab vergessen heimer zu sterben verdammt machen wir trotzdem mal fangen wir mal 20 an das ist 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 komisch doch ne vor doch diesen oh Dich, die MÖGT. Läuft. Ging ttt. Was? Pause. Jetzt hat die Dreck durch das Treppel abgelegt. Ich habe ein Schiff. Das war nicht. Ohne Pause? Oder was? Nein. Hey, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab mal die da machen schlechterer Karte. Ein bisschen Asynchon vielleicht. Schlechterer Karte, nicht Asynchon. Irgendwie fressen. Irgendwie fressen. Nein! Okay, so... Was? Was war das? Besser. Null Schaden. Ist das jetzt Cutscene Recycling? Sch... Warte. DTH... Meistert, glaub ich. Wenn ich mich nicht irre. Stage gemeistert. Top right. Evil Ausbetrug. Prime Hunters. Kein Vorbeigetreten. Kein Vorbeigetreten. Nes... Pausa... Klingdee... Na guck mal, jetzt haben wir schon wieder ein paar... Zupraum. Und das Gleiche passiert auch nicht klar, wie was mit Luigi und Nes Papier ist. Und äh, ist der Grund warum. Zur Erinnerung. Zupraum... Bordet der Kluxch. Okay. Hilfe, mein Freund. Ich glaub das ist einfach nur dafür da so zu zeigen, ey, guck mal, du musst das immer noch machen, wenn es noch ein besseres eingefallen ist. Hopp. Ey, nur diese Teile. Ey, guck mal, ich hab's gar nicht mehr gemacht. Aua. 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 Geh weg. Ah, ich glaub dafür sind die Teile. Ey, ich hab echt keine Lust. Ah, guck mal, nein, nicht runterspringen. Das Leben hat noch so viel viel mit dir. Und dich. Ich muss jetzt echt da durch. Warte. Jetzt hab ich dann sehr viel Leiter. Tja. Stimmt. Dann ist die Teile. Du. Und du. 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 Ich hab keine... Ich hab keine große Fahre. Ich hab zu schnell weg. Ich hab zu schnell kränken gesammelt. Stimmt. Was ist da wohl? Wird man die wirklich nennen müssen? Okay. Oh nein. 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 Ah guck mal, den linken. Ah guck mal, hier haben wir ja schon. Alter, so sind die Teile also im Boden. Ehe weg. Okay. Jetzt mach ich. Oh Gott, was ist das? So. So. Die Teile hier zugesteckt sind so dumm. Ich hoffe, wir haben alle. Ich glaub, dass dieser lange runterfallweg ist dafür, dass man jetzt vorgelegt wird. So. 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 Das Extra-Leben hat nicht gelohnt. Das wird ein Trick. Hoffentlich war da kein Gehalt, man würde jemanden verstecken können. Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Ich habe ein Trick. Nein, 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 nein. Was soll das hier werden? Kann ich hier weiter nach rechts? Nein, kann ich nicht. Warum schickt mir das Spiel die ganze Zeit nur einen zulässigen Gegner? Weil Rob. Oder Erwin. Okay, es kommt noch etwas. Jetzt frag ich mich ob hier oben irgendetwas ist. Aha, da oben ist er das. Hallo? So. 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 Das tut nicht. Alter, ich wüsste nicht, aus welchem Spiel das hier ist. Aaaaaaah! Alter, ich sterb hier echt noch. Da. Was ist noch so? Ob das jetzt nicht doof war. Das war sehr dumm. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe das hier geflutte. Ich habe das hier geflutte. Verbe. Ja. Hey! Let's not do that, what the fuck? Das Blick. Ich glaube, er hat sogar tausend geklappt. Ach, gucken Sie mal, welchen Charakter habe ich im oberen Spiel nicht gefunden. Ach, guck mal, in dem oberen Spiel habe ich Pikachu nicht gefunden. Wie gut. Jetzt habe ich Pikachu. Nein, ist ja das gleiche. Da habe ich Pikachu nicht. Ach. Da flug. Ja. Fangen wir doch mal mit dem Partner mit dem Schluss nach... Große Labyrinth. So. Das große Labyrinth ist... ...fucking nervig. So. Und zwar, jetzt müssen wir einfach... Warte jetzt mal noch gegen... ...Manden kämpfen. Und zwar gegen jeden Boss. Und, äh, gegen jeden Boss. Und, äh, gegen jeden Boss. Nochmal kämpfen. Gegen... Und gegen jeden Charakter. Auch gegen selbst. Das ist so kacknervig. Weil das ist einfach Spielstreckung der... Ja, Spielstreckung der... Äh, äh... Ist sowas von nervig. Auch weil... Piranha ja nicht checkt... Es wird kein... Der Käfig, der etwas drin ist. Aber das wird gar nicht sein. Ich... 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 Ein bisschen... Verstehung. Mit der Sache Käfig verschmettern. So. So. Jetzt sind wir hier. Hier ging es, glaub ich, wieder zurück zum... ...Dem Haupt... ...Teil. Ja. Hier können wir speichern. So. Speichern und bekommen dann wieder alle Charakter zurück. Und natürlich hier geht es... ...weiter. So. Also jetzt müssen wir nochmal durch alle Level durch. Ja. Schönere... ...Spieldesign. So. Äh, so schwarze Türen mit so'n Rauch bedeuten immer, dass... ...etwas dahinter... ...Gegner ist wahrscheinlich... ...der jetzt zur Welt passt... ...und so'n Epic Arena. Ja. ... 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 WTF. Ich bin da unten. Schicka. Ich suche mich. Ich suche mir die Erspannung nach unten. Ich sterbe nicht. Du stirbst! Du stirbst! Du stirbst! Hopp, hopp! Alter! Doch, ich schlafe dir erst mal. Ah! Verdammt! Was ist runtergefahren? Der soll einfach mal runterfahren, ey! Stimmt doch! Okay, Pikachu ist drin. Das ist ein großer Labyrinth, das ist sowas von nervig. Jetzt mehr Spross. Okay, halt. Manchmal gibt's nach der Boss... Nach der... Boss... Okay. Nach der... äh... So einer... So einer Gegnertür entweder... Oh Gott. Also es gibt entweder... Äh... So einer... Was wir möchten. Können wir uns einfach auf Foto drücken. Ja, warte mal ein bisschen zoomen. Da kommt aber doch irgendwie... Warte, so... Hatten sie... Pikachu und die Torte. So, ein Foto. So. Ja. Äh, gut. So, haben wir jetzt noch die Pikachu. Oh, schon. Ich kann von der Kuma sammeln noch nix. Oh Gott, ich bin eigentlich fertig. Okay, warte, warum ich hier wieder zurückgehe, ist... ...bestimmt schon gehört. Der Part ist von dabei. Okay. Speichern. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und... Tschüss. ... ... ...